yo willkommen zu einer neuen folge war hier ist zwei tage vorher nämlich die schon mal auf damit ich diesmal nicht vergesse ich will ja kommt her Nice, bin jetzt ein Amtklan. Guck ich mal diese Schiste. Müll. Okay, das ist okay. Naja. Dann kann ich den Game mal angreifen. Ja, zwei Level höher. Gar nicht unfair. Nee. Oder ich komme nicht voll mit der Scheiße dran. Na ja, was soll ich dazu sagen? Zulich wie es ist. Vielleicht sieht es aber nicht aus. Dann ist der tot. Komm, komm. Ja. Marshala, geht doch. Ja, Marshala, ich habe den gefakt auf der Seite. Okay. Ja, der hat den Hand verlassen. Ja, geil. Aber der hätte eigentlich ziemlich locker gewinnen müssen. Natürlich nehme ich mir dann den Sieg. Wie sieht das denn aus? Okay. So. Danke für den Sieg. Ja, danke. das wurde auch der Anker 20 Medaillen plus weil ich bin neuer kann dann nochmal die bessertröhliche Gefühltkriege öffnen naja warum nicht warum nur so scheiße ja ohne Witz das ist doch Provokation was das für ne scheiße ohne Witz jo ich hoffe euch hat das Video gefallen das ging ja eigentlich relativ schnell ich hätte erwartet ich brauche länger ja bis zum nächsten mal ciao Leute